Wie man einfach und schnell einen Himmel malen kann. Dass es ganz leicht orange wirkt, um eine Grüntönung des Himmels zu verhindern. Im Vordergrund lege ich noch etwas jener Gebrannt auf das nasse Papier. Das verfließt schön und wird etwas erdig und warm. Aus Kobaltblau Dunkel und viel Wasser mische ich mit genügend Farbe und tropfe die mehr oder weniger mit dem breiten Pinsel oben in das nasse Bild hinein. Sie sehen, das verfließt ganz leicht, weil ja das Papier noch ausreichend nass ist. Ich ziehe die Farbe nach unten, lasse etwas Weiß frei für imaginäre Wolken und ziehe so die Farbe, ohne noch einmal neu einzutauchen, nach unten. Es wird immer heller dann. Hier noch eine etwas dunklere Wolke, da gebe ich etwas Braun dazu. Ja und der Himmel ist eigentlich schon fertig. Jetzt setze ich mit einigen wenigen Pinselstrichen noch eine leichte Landschaft auf das Papier. Dazu mische ich mir einen stumpfen Grünton. Dazu verwende ich das Talogrün oder auch Heliogrün mit etwas jener Gebrannt. Mit einem mittelgroßen Pinsel und viel Wasser lege ich diese dunkle Farbe mit wenigen Strichen an und mit einem nassen Katzenzungenpinsel, den ich schon vorbereitet habe und in der linken Hand halte, löse ich diese Striche dann auf und verteile sie auf dem Papier unregelmäßig nach unten. Man sieht das, ich löse die Farbe an, sie ist ja noch nass und durch das Wasser ziehe ich sie etwas nach unten. Ich mache ganz bewusst eine ganz einfache Vordergrundlandschaft mit wenigen Strichen. Zum Vordergrund hin, also weiter nach vorne hin, kommt noch etwas jener Gebrannt dazu, das sich wiederum mit dem Grünton und mit dem Wasser sehr weich vermischt und einige Blautöne ganz dunkel, zum Beispiel hier links oder auch weiter vorne noch, setze ich dazu, das ist wieder Kobaltblau dunkel. Mit stark verdünntem Kobaltblau male ich jetzt einige Berge im Hintergrund. Dabei muss ich aufpassen, dass sich diese Farbe nicht mit dem noch nassen Grün vermischt. Es wäre vielleicht vernünftiger, wenn ich das vorher getrocknet hätte. Da müsste man nicht so sehr aufpassen. Wichtig dabei ist, dass diese Berge ganz schwach und sehr hell werden. Mit einer Mischung aus Talogrün und Siener gebrannt und etwas Blau noch dazu wird es der Wald im Hintergrund gemalt, nicht so groß, aber doch sehr dunkel und ich gebe einige Tupfer aus verdünntem Sienern Natur in den Vordergrund, damit so leichte Büsche dann ausblühen. Sieht ganz interessant aus. Mit der gleichen Grünmischung, nur etwas heller und mit ein wenig mehr Gelb, male ich jetzt das Blattwerk eines Baumes auf der rechten Seite in Granuliertechnik. Das heißt, ich lege den Pinsel fast flach aufs Papier und male nur mit dem Pinselbauch, sodass eine sehr unebene Struktur entsteht. Ich male nicht einen ganzen Klumpen, sondern lasse sehr viel vom Himmel noch durchscheinen. Und an manchen Stellen an den Unterseiten dieser Laubbüschel kommt noch ein dunklerer Farbauftrag mit etwas mehr Blau. Ich muss das Papier wieder gerade richten. Es fehlt noch der Stamm. Der Stamm wird aus der gleichen Farbbüschung gemalt. Also auch eigentlich ein Grünton. Es gibt ja ganz selten nur braune Baumstämme. Ein Stamm dort, wo ich freie Stellen habe im Laufwerk. Da kommen einige Äste und kleine Zweige dazu. Aber ich möchte mich nicht mit Details aufhalten, sondern nur einen ganz schnellen Baum andeuten. Ein paar Dunkelheiten noch dazu. Wie gesagt, ich möchte mich eigentlich nicht sehr lange mit dem Baum beschäftigen. Mit der gleichen dunklen Farbmischung male ich jetzt auch den Schatten unter dem Baum, sodass er geerdet wird und einige Zaunpfähle im Bretterzaun. Das ist dekorativ, verbindet etwas. Das sind natürlich jetzt Spielereien. Man könnte auch mehr Bäume oder Sträucher hineinsetzen. Aber ich wollte nur den Himmel nicht ganz alleine lassen. Auf der linken Seite kommt auch noch ein Zaun her. Der passt ist da einfach dazu. Einige gerade Striche, verbunden mit Querstrichen. Zum Vorhergrund werden die Farben etwas kräftiger, etwas dunkler. Ich setze auch die Schatten der Zaunpfähle. Die werden natürlich sehr hell gemalt. Einige Akzente noch vorne verstärken, verdunkeln. Und ja, das war's. Selbstverständlich könnten wir jetzt noch mit einem feinen Pinsel nach dem Trocknen noch mehr Details einfügen. Ich finde aber, das ist gerade bei einem Aquarell nicht immer notwendig. Und für so eine Übung schon gar nicht notwendig. Viel Spaß beim Nachmalden.